Ich grüße euch ihr Lieben hier bin ich wieder mit dem vorerst letzten Tagesimpulsorakel und zwar ist es das Video für den 16. November 2019. Ich habe lange herum überlegt wie und ob ich das mache, aber es wird jetzt vorerst das letzte Tagesimpulsorakel sein. Es hat mir große Freude gemacht und viel Spaß gemacht. Es hat auch mit den Dingen zu tun. Ich habe euch eh schon ein paar Mal erzählt, dass ich in der nächsten Zeit wieder viel zu tun haben werde, aber es hat auch andere Gründe. Ich muss auch ein bisschen auf meinen Kanal achten. Also muss ich nicht, aber ich möchte halt auch. Leider zeigt die Statistik, dass die Tagesorakel nicht so positiv sind für die Aufrufezahlen, für die Abonnentenzahlen. Ich weiß, das ist natürlich nicht im Vordergrund, aber auch, weil ich möchte, dass natürlich auch meine Videos so viele Leute erreichen wie möglich und das war natürlich auch ein Mitgrund für die Tagesimpulse. Natürlich nicht nur, aber auch. Ja, da bin ich auch ehrlich. Ich habe mir auch überlegt, ob ich euch quasi die ganze Wahrheit sage oder nicht, aber ihr kennt mich ja und ich bin, ich sage immer das wie es ist. Ich sage auch vielleicht Dinge, die für mich nicht so künstlich sind, ja. Aber wie gesagt, also leider, leider und das hat mich eben jetzt dazu bewogen, ja, nicht zu warten, bis es zeitlich gar nicht mehr mehr geht, sondern jetzt auch schon die Tagesimpulse wieder einzustellen. Ich habe mir eh überlegt, vielleicht werde ich es in einem Video machen, das ist aber dann wieder eine Zeitfrage auch. Ja, das kann ich eben jetzt noch nicht sagen. Das muss ich jetzt schauen, wie sich in nächster Zeit alles fügt, dass ich quasi ein Video mache mit sieben Tagesimpulsen, also für eine Woche quasi, dass ihr euch das jeden Tag anschauen könnt. Weiß ich nicht. Ihr könnt es mir auch gerne drunter schreiben, kommentieren oder eine Mail schreiben, ob euch das vielleicht auch gefallen wird. Ich weiß, es ist für viele auch gut und ihr habt mir das immer wieder geschrieben. Auch, dass das so schön ist, dass jeden Tag was kommt. Und wie gesagt, mir hat es wirklich viel Freude gemacht, aber ja, ich weiß, ich sage auch viele, ich soll nicht immer negativ reden oder auch die negativen Sachen sagen, aber es ist nun mal so und das sage ich auch. Und wie gesagt, ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen enttäuscht und traurig, wenn ich mir so die YouTube-Szene anschaue, also vor allem natürlich die, die, ich meine, natürlich die Karten orakeln und also es gibt wirklich Kollegen. Ich will jetzt wirklich niemanden schlechtreden. Ich sage das nur, damit ihr mich auch ein bisschen verstehen könnt, warum ich ja diesen Schritt jetzt mache, wo ich mir wirklich denke, dass es so oberflächlich will ich nicht sagen, aber es steckt nicht viel Mühe dahinter. Es werden einfach Karten geworfen, einfach ja nicht richtig gedeutet. Ich lese auch vor. Natürlich lese ich auch Texte vor, aber es ist teilweise so lieblos und teilweise, ich meine da jetzt auch gar niemanden bestimmt, ihr braucht es mir nicht schreiben, also dann kommen immer Namen und so weiter. Es ist allgemein und ich denke mir wirklich, und mir ist das schon aufgefallen, auch bei anderen Kanälen, die auch eher so, wie ich arbeiten, eher so mit einem festen Fundament, wo man sieht, die Kollegin hat eine Ahnung und hat, ja, wie gesagt, bemüht sich und dass die auch wenig Aufrufezahlen haben und ja, es ist mir unerklärlich. Ich rede auch mit Kollegen, die auch teilweise, also nicht teilweise, eigentlich alle sagen, sie verstehen das nicht, ja, warum das gerade bei mir auch so ruhig ist und ja, das ist halt auch so ein bisschen ein Schwert in meinem Herzen mit, natürlich, natürlich mache ich es in erster Linie für euch und damit ihr meine Arbeit seht und es wird sich da eh wieder einiges verändern in der nächsten Zeit. Das werde ich euch dann eh alles mitteilen, wahrscheinlich erst nächstes Jahr, im Januar, Februar, schauen wir mal, wie es weitergeht, ja, und das sind halt so meine Gedanken. Ich habe, wie gesagt, lange überlegt, ob ich einfach sage, ich höre auf und ja, fertig, weil ich keine Zeit habe, wie gesagt, das kommt sowieso mit dazu jetzt in nächster Zeit wieder. Aber eben, ich wollte so irgendwie so ein bisschen meine Gedanken oder meine Beweggründe euch auch mitteilen. Ja, natürlich ist es schön, eine Kollegin hat mal gesagt zu mir, die weitaus mehr Aufrufe zahlen hat als ich, bin ja auch nicht neidisch, um Gottes Willen. Und da haben wir auch über das gesprochen und sie sagt, schau, mir ist jeder einzelne Zuschauer, bei dem ich was erreiche mit meinen Videos, bin ich dankbar und das bin ich auch. Das will ich auch wirklich, also das muss ich wirklich dazu sagen, ich bin allen dankbar, die mir auch lieb geschrieben haben und eben, die sich auch freuen über meine Arbeit. Aber eben, es ist eben auch, ja, wie sagt man, ja, es ist halt wirklich auch ein bisschen, ja, es ist traurig für mich, ja, es ist wirklich traurig. Ich bin ja sehr viel unterwegs auf YouTube und natürlich, wenn man so etwas macht, also die Kollegin, die mir das damals zum Beispiel gesagt hat, macht das gar nicht. Also die schaut nicht irgendwie, ja, sie sagt, ihr ist es egal, hauptsache die Leute sehen ihre Arbeit, das war bei mir auch lange so. Nur ich finde halt, YouTube ist auch eine wunderbare Plattform, um zu wachsen, um bekannt zu werden, ja. Und ja, das ist einfach teilweise, ich weiß nicht, ob man von YouTube selber blockiert wird. Ich beschäftige mich sehr viel mit diesen, wie sagt man, also auch mit, wie YouTube funktioniert. Ich schaue auch in diese Richtung viele Videos und versuche da auch Tipps umzusetzen, damit eben das noch bekannter wird. Und das, ja, ist eben, wie gesagt, ich weiß nicht, ich habe einmal ein Video gehabt vor, ich weiß jetzt gar nicht, wann es war. Es war dieses Jahr, aber es war so ein Wochenvideo. Und das ist wirklich aus der Reihe geschossen, ne. Das hat über 11.000 Aufrufe gehabt und sonst, jetzt habe ich nicht mal 2.000 bei den Wochenvideos. Und ich verstehe halt wirklich nicht den Hintergrund und die Dynamik und wie gesagt, ich beschäftige mich aber sehr viel mit YouTube. Und ja, das ist für mich auch ein Grund, wie gesagt, bitte versteht mich nicht falsch, ja. Nicht, dass ihr jetzt glaubt, ja, ich will hier nur famous werden, ja, und berühmt werden. Aber natürlich ist es auch ein wichtiger Faktor, wenn man hier seine Zeit reinbuttert, Quatze, ja. Und dann hat man halt eine schwache Resonanz und wie gesagt, man sieht dann auch noch andere Videos, wo ich mir wirklich denke, ja, warum hat es da, warum hat es da, weiß ich nicht, das Doppelte an Aufrufe. Ich rede ja nicht von jetzt 100 oder 200 Aufrufen, sondern manche haben das Doppelte und Dreifache. Und ja, da habe ich mir eh schon gedacht, ich sollte das vielleicht auch mal ausprobieren, das so lieblos quasi hinzuwerfen und irgendwie da, ja, Videos zu machen, wo man sieht, da steht gar nichts dahinter. Ja, aber das bin ich nicht. Ich bin nun mal, ich stehe hinter dem, was ich tue. Ich habe das zwar auch mal gelernt, das Kartenling, aber es ist alles meine Erfahrung, die dahinter steckt. Und das wird halt einfach überhaupt nicht gutiert, war auch nicht früher in meinen Beratungen so richtig, ja, wo vieles nicht so gutiert worden ist, ja, wo ich mir denke, okay, es, ja, da könnte ich auch noch ein ganzes Buch drüber schreiben, will ich jetzt gar nicht. Und ich will auch, wie gesagt, da keine schlechte Stimmung verbreiten und ich bedanke mich für alle, bei all jenen, die immer dabei waren und mit dem Herzen dabei waren. Aber natürlich, wie gesagt, will man ja auch einen Ausgleich haben, in dem, dass man, ja, in die Arbeit, in die man, ja, ich ja schon jahrelang eigentlich, ja, also ich habe auch immer wieder meine Pausen gehabt, aber ich bin dann wieder da gewesen. Und ja, wenn man da immer nur reinsteckt, reinsteckt, reinsteckt und ich mache es ja auch gerne eben, wie gesagt, ich liebe es, aber einseitig ist halt immer ein bisschen schwierig, ne. Wenn das Ganze eh einseitig ist, äh, ja, das war, ich glaube, jetzt eh alles, was ich sagen wollte, ich mache weiterhin am Wochenende die Videos, wie gesagt, solange, das kann natürlich auch mal ausfallen, wenn, ja, es meine Zeit nicht mehr erlaubt. Ich überlege mir das auch mit den Wochenorakeln, weil das, wie gesagt, auch die Aufrufe, ähm, ja, immer schwächer geworden sind. Und dann denke ich mir, okay, es ist ein Fingerzeig, ja, ähm, aber was soll es mir zeigen und, und was soll ich ändern, was kann ich ändern, um es auch einfach für euch interessanter zu gestalten. Aber im Moment werde ich es wahrscheinlich noch so lassen und mache auch am Samstag immer entweder ein Liebesvideo oder was anderes. Schauen wir mal, damit ich nicht ganz weg bin vom Fenster und wie gesagt, ich mache es ja wirklich gerne, ich liebe es, aber, ja, anscheinend ist hier wirklich die Oberflächlichkeit belohnt, ja. Auf YouTube und wenn du mit den Trends mitmachst und wenn du das machst, was anscheinend gefragt ist, ne, also, ja, habe ich ja teilweise auch gemacht, also meine, meine Liebesorakeln habe ich auch oft gemacht für euch, ja, wo ich mir eigentlich gedacht habe, ich würde gerne was anderes machen, aber ich weiß, es ist so gefragt und dann mache ich das auch gerne, wenn das vielen auch hilft, ne. Aber wenn die Feedbacks halt dann immer schwächer werden in Form von Aufrufen, in Form von, ja, Zuschriften, Kommentaren und so weiter, dann denkt man sich, okay, ja, wofür, ähm, wofür mache ich das Ganze noch? Und, ja, okay, dann im Moment, ja, fällt mir eh nichts mehr ein dazu und ich mache ihm jetzt mal heute das letzte Tagesvideo und ich habe mir gedacht, als, ja, als so, als Endpunkt mache ich heute das Entscheidungsorakel. Die Karten habe ich mir jetzt ganz neu gekauft, da könnt ihr jetzt eine Frage für euch stellen, es sind noch nicht so angenehme Karten dabei, ich sage es gleich dazu, ja, ich habe es eh schon, ich glaube, beim letzten Wochenorakel verwendet, ähm, ja, ihr könnt es eine Frage stellen, ich habe auch wieder die Lennarmaukarten und ich habe auch den Lapislazuli mit Orange und Calcite, den Stein mit, wie immer bei den Videos, der für euch aufgeladen wurde, für das Video. Und dann würde ich sagen, ja, wenn du Zeit brauchst, es sollte eine Frage sein, die man mit Ja oder Nein beantworten kann, aber halt auch, dann kommt quasi so ein Zusatz. Und, ähm, ja, dann mische ich mal die Karten und ihr könnt euch eine Frage stellen, irgendeine, und sie werden euch dann die Karten oder die Karte beantworten. Und dann schauen wir mal, so, ich ziehe eine Karte für deine Frage, okay, gut, das passt auch für mich, ich habe nämlich auch gerade gedacht, ich stelle mir jetzt die Frage, ähm, ja, ob das jetzt so wirklich gut ist, ja, was ich jetzt mache, dass ich die Tagesorakel mal einstelle. Das solltest du machen, klingt gut, es wird positive Folgen für dich haben. Also, auf die Plätze, fertig, los. Okay, ich hoffe, du hast eine Frage gestellt, ja, die dir das jetzt beantwortet. Und es fällt hier eine Karte raus und wir haben hier die Schlange, da nehme ich die gleich. Okay, das passt auch, weil die Lennarmor-Kenner unter euch wissen ja, die Schlange steht für die Heilung, also die Situation wird heilen, ja, mach sie, du solltest das machen, ja, ähm, was du jetzt gefragt hast und das ist gut für dich. Und eben, ich sage mal, die Schlange steht ja natürlich auch für eine Frau, für eine andere, aber, und, also eben auch für die Heilung, ja, und das heißt, diese Situation wird heilen. Natürlich auf der spirituellen, energetischen Ebene, ne, wenn du irgendwie eine gesundheitliche Frage gestellt hast, habe ich die hiermit nicht beantwortet, das darf ich nicht, das muss ich dazu sagen. Ja, aber generell eben auf der energetisch-spirituellen Ebene, ja, wird diese Situation heilen, indem du das tust, ja, was du gefragt hast. Okay, das war kurz und bündig und knapp mit einer langen Einleitung, aber ich, ja, wie gesagt, ich, ich musste das loswerden, ähm, es tut mir leid für die, die sich vielleicht jetzt wieder praktiziert haben, ähm, und man kriegt ja dann eben immer so nette Kommentare, wenn man noch ein bisschen was vorne wegredet, äh, ja, wird vielleicht jetzt auch wiederkommen, ist mir aber egal, ich wollte eben den Leuten, die mir treu zur Seite stehen, auch das sagen, Wie gesagt, es wird mit den Videos am Wochenende weitergehen und ich schaue mal, was sich jetzt tut in der nächsten Zeit und, ja, ich wünsche euch trotzdem einen schönen Tag, äh, heute und, ja, ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Alles Liebe, tschüss, baba.